So, ähm, back im Vertania-Wald hier. Und wir haben ein kleines Problemchen, weil unser Schocks kräftigst vergiftet wurde und wir kein Gegengift haben. Aber zum Glück finden wir hier direkt eins. Sehr praktisch. Äh, ja, ähm, hallo? Ah, okay, ich Idiot, ich hab's auf, äh, Gay Flaus eingesetzt. Ja, genau deswegen mag ich den Vertania-Wald nicht. Weil hier fast jeder Pisser mit nem Horndio rumrennt. Äh, und Horndio uns halt kräftigst vergiften kann. Und ich mir halt am Anfang keine Gegengifte hier kaufe. Wegen so nem Scheiß. Das ist totale Geldverschwendung. Äh, wir erreichen Level 7. Und hauen diesem Orb jetzt mit Donnerschlag kräftig eins rein. Ist halt Statik abbekommen, find ich gut. So ziemlich schneller. Und ich könnte jetzt mal nen Trank oder sowas finden, ey. Okay, das ist schon wieder hier total, ähm, absackend alles. Nein, ich will jetzt nicht gegen dich kämpfen. Den Trainer hebe ich mir auch noch auf. Weil Schocks jetzt ziemlich angeschlagen ist. Och ja, und Horndio, ey. Mein Hass-Pokémon hier im Vertania-Wald. Ähm, wir finden... Doch, wir finden einen Trank hier. Perfekt. Geben ihnen Schocks direkt. Und ja. Kämpfen direkt gegen den Spacko hier, weil der am schwersten ist. Er hat das höchste Pokémon von denen. Ja, mach ruhig fragen. Schönen wir uns nicht vergiften. Das ist mir das scheißegal. Ey, du... Hör doch auf, Mann! Du elender Dreckshexer, du! Okay, wir erreichen wenigstens Level 8. Wir lernen Donnerwelle. Sehr gut zum Pokémon fangen. Und ich hoffe, Schocks hält jetzt noch aus bis zum Pokémon Center. Und, ja, hat's geschafft. Äh, ja, Mamoria City. Sag ich gleich noch was dazu hier. Äh, erstmal die ganzen Trainer noch besiegen. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Wir hatten noch... Was? Einen Trainer hatten wir jetzt noch übersehen. Genau. Oh, hau ab, du... Mini-Dildo, du... Hier, diesen Gaylord. Uh, Safcon, jawoll. Safcon ist die pure, ähm, EP-Maschine. Mit guter Erfahrung, genauso wie Kokona. Aber warum hat er nicht drei, äh, Safcons? Das ist ja viel cooler. Unfair. Wir haben, äh, wir rechnen Level 9. Wir hatten noch einen Safcon. Jetzt ist es ja okay. Äh, zwei mit Donnershoppen weg ist es. Und, hey, hey, unser Shox ist jetzt auf demselben Level wie unser Gayflaus. Äh, haben wir jetzt noch was vergessen? Ich hoff's nicht. Ey, schon wieder der Mini-Dildo. Sieh's doch ein. Die Menschen wollen keine grünen kleinen Dildos. Uh, aber ein Safcon. Muss wir jetzt killen werden. Uah, wir sind so böse. Das kleine Vieh kann sich nicht wehren, da es sich nur erhärten kann. Wollen wir wieder bei dem Mini-Dildo werden. Was eine kleine Anspielung auch auf einen Penis sein könnte, weil Safcon auch hart werden kann. Aber ja, ich geh jetzt nicht tiefer drauf ein. Ähm, ja, Mamoria City. Sobald ich weiß, finden wir doch irgendwas. In diesem kleinen Feld. Ah, ist mir jetzt auch scheißegal. Ja, hier geht's Richtung Mondberg. Können wir noch nicht durch. Ähm, können wir auch noch nicht durch. Warum wird es ja Schneider? Und ich seh grad, ähm, wir müssen Gayflaus noch mal ein bisschen trainieren. Damit's endlich Ranken hier gelernt wird. Sonst haben wir in der Arena hier keine Chance gegen Rocco. Vor allem, da hier nur ein einziger Trainer ist. Sorry, wenn's grad ein bisschen laut wurde. Bin ans Mikrofon gestoßen. Äh, ja, Egelsamen. Das ist die einzige Chance. Und es, ja, es zieht nicht gerade viel. Aber, ja, machen wir einfach Heuler, damit's uns nicht so viel Schaden macht. Dann wird der Kampf jetzt einfach auf Zeit hinaus gezogen. Was soll ich machen? Irgendwann kann ich ja den Angriff von einem kleinen Stand auch nicht mehr so, äh, verringern. Du greifst halt mit Tacklern. Was soll ich machen? Äh, ja, unsere KP werden ständig nachgefüllt. Finde ich sehr prima. Weil immer, wenn's dann einen Tackl macht, ist unser, äh, unsere KP wieder voll. So, Kleinschon ist jetzt besiegt. Ja, Gayflaus erreicht Level 10 und lernt Rankenheben. Jawoll. Perfekt. Bamms. Zwei, zwei Rankenheben weg. Und Gayflaus erreicht Level 11. So, cool, dann kann ich ja sogar noch Hocko auf den Part hier mit drauf packen. Er hat einen Kleinstein Level 12. Was One-Hit ist für unser Gayflaus. Wir erreichen auch Level 12. Ja, äh, Onyx. Level 14. Das ist, was? Das ist schneller. Aber ist auch so ein One-Hit-Opfer. Wir erreichen Level 13. Ey, das ist ja mal hammergeil. Ja, und den Felsorden endlich mal bekommen hier. Ja, und das ist jetzt so ein bisschen epische Erinnerung an Felicia aus der Rubin-Edition. Ähm, beides sind die ersten Arena-Leiter. Beide haben Stein-Pokémon. Und von beiden bekommt man die TM-Felsgrab. Ähm, erstmal Pokémon heilen gehen. Cool, dann können wir uns ja doch sogar schon auf den Weg zum Mondberg machen. Ähm, ich packe mal Schocks nach vorne, dass es ein bisschen Training kommt. Ah, genau, ein Assistent vom Professor Eich, der uns jetzt die Turbo-Träder gibt. Cool. Ja, ich weiß, wie man die Dinger benutzt. Ich bin nicht blöd. Ich bin zwar doof, aber nicht blöd. Oh, jawohl, wir setzen Taubsee ein. One-Hit. Oh, sogar Volltreffer. Ja, ich mag Pikachu eigentlich schon immer, aber... Ich hab erst so in der, in der, ähm... In der Platin richtig angefangen gehabt, auf dem DS mit Pikachu zu spielen. Und ich hab grad gemerkt, wir sollten uns mal ein paar Tränke kaufen. Wie viel kann ich denn kaufen? 17. Ich hab noch einen, also kaufe ich 9, damit's aufgeht. Gegengift kaufen wir 6. Paraheiler kaufen wir 6. Pokébell hab ich noch 5. Dann kaufe ich noch 3 drauf. Scheiß drauf. Äh, ja, nochmal zurück ins Pokémon-Center. Zum Pokémon heilen gehen. Und auf zum Mondberg. Was ich sehr gut finde, die haben mir schön viele Trainer hingestellt. Die ich alle schön wegklatschen kann, damit meine Pokémon gut trainiert werden. Haha, genau deswegen mag ich Pikachu so. Äh, ich glaub, das hat sogar als einzige Fähigkeit eine Statik. Das kann keine zweite haben. Oh, unser Hass-Pokémon wieder. Geh nach Hause. Jawoll. Ich glaub, unser Schox kann die Viecher auch nicht mehr leiden. Ja, Raupi kann uns rein gar nix. Wir erreichen Level 11. Oh, Ruckzuckib. Das bringen wir natürlich auf jeden Fall bei. Da, Ruckzuckib, ein Move ist, mit dem wir dem Gegner schön Statik verpassen können. Falls es mit Donnershock oder sonst irgendwas nicht klappt. Äh, Ruckschlag. Ruckzuckib. Okay, ich seh schon. Da hilft nur Donnershock. Uh, ein Retthahn. Dann was mit Donnerwelle, dass wir ein bisschen abgesichert sind. Oh, Wickel, wie süß. Und setzt direkt nochmal ein, was mit dem Handy, ey. Hey, das gibt's nicht. Ich darf schon wieder ins Pokémon-Center rennen. Ja, halt meine Pokémon los und bubble nicht so viel. Uh, Entschuldigung. Ein kleiner Ausrutscher von mir. Und ja, ich würde mir mal vornehmen, alle Trainer hier zu pläten. Vielleicht mal wegzubaschen. Wir erreichen Level 12. Gummi-Golf. Käfersammler-Gummi-Golf. Wie sind die denn auf so einen Drecksnamen gekommen? Meine Fresse, ey. Ja, komm, Härtner. Das ist total sinnlos eigentlich, aber es ist halt die einzige Attacke, die dieses Vieh drauf hat. Wegen Schocks kannst du damit halt nicht viel machen. Weil ich mit Schocks nicht, äh, Wuk-Zuki einsetze, sondern Donner-Schock. Okay, ähm, eine Trainerin können wir noch draufpacken auf den Part oder sogar mehrere. Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Donner-Schock. Kabun. Äh, Schocks erreicht Level 13. Äh, Midoran. Das interessiert mich jetzt nicht so. Oh, das hat Statik abbekommen. Und jetzt paralysiert. So, ähm, ich renne nochmal ins Pokémon-Center. Müsste eigentlich von der Zeit her langen, dass ich nochmal auf die Route zurück kann. Ja, ich weiß, ich renne oft ins Pokémon-Center hier, aber naja. Ich will halt keine Tränke unnötig verschwenden. Einen Trainer mach ich noch. Er hat nur zwei Pokémon, finde ich gut. Das passt nur locker drauf. Kabun. Oh, Safran. Wieder so eine EP-Schleuder. Oh, Bams. Ja, und Schocks erreicht fast Level 14. Komm, das können wir schnell machen noch. Oh, mein Pummel-Uf. Oh, nein! Verdammter Mist. Okay, ich beende den Part hier jetzt mal. Ähm, nächsten Part geht's weiter im Mondberg. See ya!